Jetzt die Sterne, noch Sterne. Die Sterne, noch Sterne, noch Sterne, noch Sterne, noch Sterne. Die Sterne, noch Sterne, noch Sterne, noch Sterne. Die Sterne, noch Sterne, noch Sterne, noch Sterne, noch Sterne? Nein, da, da, da. Wir befinden sich mit Irsch Hossi, welcher ist geboren in Grodne oder im Jahr 1924. Ich bin nicht nur geboren geworden in Grodne. Ich lebte im ganzen Leben in Grodne. Mit dem Ausnahm von 12 Jahren bin ich gewohnt in Paktosana. Zwischen Paktosana. Und das ist eigentlich mein Leben, also mein ganzes Leben bin ich da in Grodne. Ich schaue auf dem, was ich gekannt habe und gewohnt habe, aber ich komme einander. Ich bin nicht so speziell, was mir gerät. Ich bin nicht so speziell, was mir gerät. Ich bin nicht so speziell, wenn ich hier bin, zusammen mit meinem Seiden. Ich habe da eine Stütte in der Kreisfläche, die ich bin in der Physik. Und was ist hier gefilmt, wenn ich hier bin? Ich habe da in der ersten Waffen, wüsste ich mir, was die Schuhen. Und was schon einmal gearbeitet hat in Schabossi und in Jörntek. Ich bin nicht in der Zeit, ich habe mich an ihr Gedenken in Burg und ich habe in Schuhen nicht gewonnen. Ich habe mich nicht gewöhnt, im großen Saal. Ich war im Grunde gewöhnt, etwa 43. Dort in der Röschung schon. Und bei Queller ist es gewöhnt, jeder will ihn nehmen, zu gewöhnen, in seinen Schuhen. Die Schuhe, die gewöhnt nicht weit von dem Ort, wo er gewöhnt, wo er gewöhnt hat. Wenn ich bei jedem gewöhnt habe, bei weisen Arbeit und auch zurückkehren, gehen in der großen Saal, und da werden es gewöhnt, aber es ist praktisch, es gewöhnt, es ist gewöhnt von der praktischen Seite. Die Schuhe, es gewöhnt auch mal 30.000 Tiden in Grosne, in verschiedenen Zeiten, die Schuhe beträgt in sich, einschränkt nach der kommen Menschen. Mir gewöhnt auf Podolny Gass. Podolny Gass ist ja ein, und sie ist offiziell in Pehmel, wenn sie gewöhnt haben. Ich habe beim Geboren gewöhnt, in Grosne, das ist gewöhnt, zwischen der Stand der Zweite, bei ihm kamen. Bei jedem hat es sich angerufen, Rebelluies Gass. Ein bisschen mehr Taiten und Schulden. Dora Malai-Khan? Dora Malai-Khan. Dora Malai-Khan. Dora Malai-Khan. Hinzu. P pensa? Pensa. Rebelluies Gessle. Nicht Gemessle, Ghash. ner ange Graschen Gas. Ist es einer Grä treasure teaches. Und die Schuhe gedenkt wird von Pfarrer Mohamed, von Yontem, von Yontem? Die Darm, von Yontem, von Yontem, von Yontem, von Yontem. Das ist ein Programm mit dem Museen Darm, nicht mit dem Foto, mit dem Foto. Und seine Tradition hat es zu Darm in der Schule, wo er von uns zu Darm wahrscheinlich als ein Junge-Bochern hat. Es war von der Srein-Synagogen vor dem Krieg. Ich verstehe, aber ich kann nicht sprechen. Das ist die Stadt der Neu-Bochern. Von wenn die Schuhe? Die Schule ist gegründet, geboren, in 1578. Bei Mordre Jaffe. Der Wush. Der Wush. Und in 19. Wicke wurde er planiert. Ich verstehe, aber die ganzen Jahre ist er geboren. Wir werden nie bei Gebäuden, nicht stehen wollen. Dann kriegt er von der Schule, in dem Mord, wir werden ein Mordre Jaffe gegründet. Aber Sie werden ein Alter, Helik, was wird gerettet, dass das, sage ich, bis 16. Jahrhundert? Oder wird schon Alts im Gebäude gegründet? Das hat das nicht gegründet. Ich weiß, dass sie ein größtes Reef in 19. Jahrhundert in 19. Jahrhundert und dann ist es geboren verbrennt, die Schuhe, die Schuhe, die Arumiki. Die Schuhe sind geboren, zurückrestauriert und aufgebaut. Und in 19. Jahrhundert bekam ich die Schuhe, die Griesen, die Achnoße, die Schuhe, die Brüderfrunkchen, die Grodner Seine. Die Grodner Seine und die Schuhe Tamandsee, und die St geniessen, versteht sich. Die Schuhe worden ist geboren, und dann hat sie die Form nur weniger, wie jetzt. Und das Röden hier wurde, was steht da gewohnt. Ein Schäner, ein Preiner, ein Hecht, und sie wurden auch gefärbt, und sie werden auch rumgesehen, es darf so sein. Versteht sich nicht, wie es ist. Und da ist der Kursenschruhe, da geht es durch zehn Röker in der Schuhe, in die Seite. Und damit gedankt und gedient zu den Bedürfnissen von der Schuhe. Und die sowjetische Zeit, hat das funktioniert? Die ganze Zeit? Es funktioniert. Es ist schwer zu sagen, genau. Die Schuhe sind nicht mehr, aber die Schuhe sind nicht mehr. Die Schuhe sind nicht mehr. Aber die Schuhe sind nicht mehr. Aber es geht um die Röder der Sinten, von 1939, bis die Niemöse, wie die Synagogen funktioniert. Wegen dem Rätsel. Nur schwer zu sagen, ich fühle mich zu sagen, dass du zufrieden bist. Und die Brüder Frumpien haben geholfen im zweiten Jahr? Im zweiten Jahr ist es schon geworden und haben hier geöffnet. Und ich bin bei Neidisch geworden, die Jörg-Nörder Schreife, in 1998, etwa 97, 98, 98, die Schreife. Und in 1902 ist sie zurückgenommen geworden. Und man hier geöffnet hat, genommen 15 Jahre und das war ein. Und das vom Armenia zu wissen, die Jörg-Nörder Schreife, dann können Sie halt nicht mehr. Und schuldig auf Sagen. Mit unser probierend scharfen Interesse Das haben wir doch in den Händen, nicht in den Hunderten Ich würde dann fragen, zum Beispiel, in den neunsten Jahrhundert, ja? Interessiert uns an der Sache? Ja Wem er interessiert? Mieter, ein kleiner Teil interessiert und der kleiner Teil? Nein, und der kleiner Teil gibt es auch und forscht und wenn nicht, nimmt er euch sehr viel selten und... Mehrheit Menschen? Mehrheit Menschen leben nur nur für eine Minute und für einen Tag und mit den Dagens von... Das ist Mensch, Herr Achim Sag mir, was wir gewinnen, die Scheiches von... Ein Minute, ich würde mich mal nicht sagen wegen dem, was wir uns da gedauert in Grieze und Eben und wir haben gesagt, wir haben 45, dass wir mit Roschen und Schuhen zusammengenommen haben und mehrheit Menschen mit der Schuhen und der Gas und der Gas das ist ganz gut, das ist ganz gut das ist also, das ist das ist die Gemeinschaft, die diesem wenn wir uns da gedauert und das ist dass wir uns da auch gedauert das ist das ist das ist das ist das ist was wir das ist das ist das ist Die Mehrheit ist sicher, aber ich denke mir das Vorstehen an Jid ist um Schabes, sondern bleiben im Stub und nicht gehen da. Das ist mir dann schwer, sich vorzustellen. Ein Chorapachos, in der Gassa, wo ich auch gelebt habe, das Rebeleu ist Gass, was sie nicht geben im jüdischen Zentrum. Und der, was gelebt hier, in dem jüdischen Quartal, auf dem Schumefis hat geheißen, in der Chabad in der Wadde. Auf Rebeleu ist Gass, wo um sie gedauern? Ich habe gesagt nicht, aber ich vermute mir. Es gab zwei Schwungen auf unser Gass und durch Eifig noch eine Gessung, eine dritte Schwung. Und wer hat hier gedauern? Ja. Oder eine Familie? Mit Friesingswisit geheißen. Mit mir dann geheißen, in der Klois, in der Smedrisch, in der Schur. Ja, in der Smedrisch. Ja, in der Smedrisch. Weiter geheißen, in der Gedenkheit nicht. Dann habe ich Friesingswisit geheißen. Und dann habe ich gesagt, dass wir noch nicht mehr mit meinem Mann rufen, ein bisschen gewöhnt. Also, ich habe mich nicht gesehen. Dann habe ich gesagt, dass ich das nicht gesehen habe. Ich habe gesagt, dass ich das nicht gesehen habe. Ich habe gesagt, dass ich das nicht gesehen habe. Und die Rebeleu ist auch 24? Das ist auch die Nummer. Ich habe die ganze Gass. Ja. Nummer 24. Und die Smedrisch. Ja. Ich habe mir gedacht, dass wir nach Podolny 24, Rebeleu ist Gass 24. Und da bin ich in Stethain? Nein. Es war eine Gäse. Es war etwa ein 40,000,000 m. Also, es war ein Gäse. Es war eine Gäse. Es war ein Gäse. Es war ein Gäse. Und es war ein Gäse. Es war ein Gäse. 5 Meter und dann, ich kann nachher gucken, da ist die Fotografie von der Schuhe, sieht man den Besmeeresch, was dort gestandet. Und in dem Besmeeresch ist im Januar, wenn ich das gewesen bin, 1943, da sind die Deutschen gehabt uns, und wir führten da größer Schuhe. Und in der Schuhe, wo wir noch nicht sitzen, und ich habe in der Schuhe, wo wir noch reingesprungen in der Schuhe. Nein, wir werden kommen zu dem Meta-Sei, David, zu dem will ich jetzt da kommen. Nächte sitzen die Indiwenig, weil Ludmila Petrovna in der Dere haben mir geredet wegen 39, wegen des Sowjetischen Macht, wegen des Schneem, und ich habe gedacht, ob wir heute noch nicht sein, mit Frühling, 41. Januar, Februar, März, mit Gefühlt der Zeppels geht es hier, oder mit Gefühlt der Sowjetische Macht, der eingefunden wird da, auf jeden Punkt, wie wir heute gehad haben, mit Gefühlt. Also, in der Welt gewinnen sie herumruhen, und sie gingen nach dem Monchome, das ist doch klar geworden, das haben wir gewusst. Aber es wird sein, wenn man kommen mit Deutschland, wird man näher getracht. Man kann jetzt auch im Gericht, das wäre ein sehr gich. Denn gut dann ist die Sowjetische Armee gewesen sehr groß und sehr stark. Wo unsere Tegata immer wog von Tanken bis drei Mal mehr wie die Deutschen. Auch man und ich ungefähr hatte. Und die Qualität von den Tanken...